Herzlich Willkommen liebe Zuseher zu diesem Webinar bei den Rosenbauer Online Product Days. Heute geht es um ein Thema, das seit einigen Jahren eine wichtige Rolle bei der Feuerwehr spielt und zudem immer wichtiger wird. Dennoch wird nicht allzu viel darüber geredet. Dieses Thema könnte man mit Vernetzung und Bedienung bezeichnen. Bei Rosenbauer heißt es, und für mich klingt das viel besser, Logic Control System, kurz LCS. Was sich dahinter verbirgt und was das neueste LCS kann, das erklärt uns heute Severin Wiesmüller, er ist Produktmanager für den Bereich Human-Machine Interface und Elektronik bei Rosenbauer. Hallo Severin. Hallo Clemens. Severin, Human-Machine Interface ist ein wichtiges Schlagwort und heißt sinngemäß übersetzt Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Genau so ist es. Wir alle wissen, Menschen und Maschinen sprechen nicht immer dieselbe Sprache, obwohl sich bei dem Thema in den letzten Jahren extrem viel getan hat. Heute reden wir ja mit unseren Handys, sogar mit unseren Autos oder der Klimaanlage zu Hause. Wie war das bisher im Feuerwehrbereich und wie ist da der aktuelle Stand? Das ist eine gute Frage. Ich habe dir genau dazu mal ein Bild aus den 1960ern mitgebracht. Oft hören wir, dass früher die Bedienung viel einfacher war. Wenn man sich das Bild anschaut, kann man das eigentlich nicht glauben. Links ist ein Flughafenlöschfahrzeug aus 1966. Rechts die Pumpenbedienung eines Kommunalfahrzeugs. Hier war tatsächlich einiges Wissen notwendig, nur um Wasser aus der Pumpe zu bringen. Hebel mussten zum richtigen Zeitpunkt richtig bewegt werden. Das war auch körperlich ganz schön anstrengend. In den 80ern wurden die mechanischen Seilzüge von elektrischen Systemen abgelöst. Das Bild links oben ist vom AT1. Auch schon mit klarem Farbsystem, wie wir das heute kennen. Die Elektrik hat viele Dinge vereinfacht. Erste Automatismen und Zeitsteuerungen konnten mit Relais-Schaltungen realisiert werden. Die körperliche Anstrengung fiel somit weg. Die neue Technik hat auch mehr Features erlaubt, die auch von unseren Kunden nachgefragt wurden. Das hat wiederum dazu geführt, dass die Bedienung wieder komplizierter wurde. Das sieht man gut beim Bild rechts oben von einem Fahrzeug der NATO Geilenkirchen. Vor ungefähr 20 Jahren haben wir dann begonnen, erste Elektronik im Fahrzeug zu verbauen. Es gab auch schon erste Bestrebungen für eine Vereinheitlichung in 2005 mit LCS 1.0. Auf den unteren Bildern sieht man Folientasten, die schon auf mehreren Baureihen eingesetzt wurden. Es war aber immer schwierig, die Fahrzeuge wirklich einheitlich zu liefern, weil die Entwicklungszyklen immer unterschiedlich waren. Der aktuelle AT wurde z.B. 2010 präsentiert, der aktuelle Panther aber erst 2015. Wir haben deshalb jetzt das HMI weitgehend aus diesem Zyklus herausgelöst. Innerhalb der nächsten paar Monate bekommen also alle Fahrzeuge eine neue Bedienoberfläche. Mittlerweile sind wir bei der dritten Generation LCS angekommen. Unser wichtigstes Anliegen ist die Harmonisierung über alle Baureihen. Was heißt das? Das Logic Control System sollte in allen Rosenbauer Fahrzeugen und auch auf den anderen Geräten von Rosenbauer gleich aussehen und gleich funktionieren. Und das tut es auch, damit sich jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann sofort wie zu Hause fühlt und sich intuitiv auskennt, auch wenn ein Produkt noch nie bedient wurde. In diesem Bild sieht man z.B. einen AT oder hier einen MT. Auch der CT fügt sich nahtlos in die Reihe ein. Genauso wie der Panther oder die Drehleiter. Und besonders stolz bin ich auf die Rettungstreppe, weil wir hier den größten Sprung in der Bedienbarkeit im Vergleich zur Vorgängerversion haben. Eine andere Frage, die vielleicht für einige unklar sein könnte, lautet, was bedeutet der Name und was gehört denn eigentlich alles zum Logic Control System? Deshalb hier zunächst ein kleiner Überblick über alle Komponenten. Das RPC steht für Rosenbauer Body Components, also Teile, die bei anderen Rosenbauer Produkten verbaut werden. Auf den Elektronikmodulen befindet sich die ganze Logik. Sie sind über ein Kann-Netzwerk verbunden und stellen quasi die Verbindung zwischen den mechanischen Bauteilen und den Bedienteilen her. Als externe Anzeigen haben wir die Außentankanzeige für die Darstellung des Niveaus in Wassertank und Schaumtank. Und dann gibt es noch die Verkehrsleiteinrichtung, die im Heck des Fahrzeugs angebracht ist. Das DigiBot ist ein ganz wesentliches Element, weil ich mit dem Dreh-Drückknopf ganz komfortabel den Pumpendruck verstellen kann. Bei den Tastenfeldern gibt es eine Variante mit zwei Tasten, zum Beispiel für das Bedienen des elektrischen Rollladens. Außerdem gibt es eine Variante mit fünf Tasten, die ich heute auch mitgebracht habe und euch später zeigen werde. Und im Bild sieht man das 15er Tastenfeld in der Version als Funkfernbedienung. Das LCS Compact ist unser meist eingesetztes Element. Hier befinden sich in einem Gehäuse ein kleines Display, ein DigiBot und auch eine vergleichsweise einfache Elektronik. Es wird bei der technischen Ausrüstung wie bei der Fox, dem RS14 oder dem neuen Cave's Cube eingesetzt. Außerdem befindet sich das DigiBot zur Pumpensteuerung in Fahrzeugen, die sonst keine Elektronik im Aufbau beinhalten. Displays haben wir in drei Größen. Hier seht ihr unser kleinstes, das 3,5 Zoll Display. Es wird meistens dort eingesetzt, wo der Platz sehr begrenzt ist oder auch dort, wo nur einige wenige Werte angezeigt werden müssen. Das 10 Zoll Display ist das Display der Wahl für die meisten Fahrzeuge. Ich habe vorher ja schon gezeigt, wie es sich in die verschiedenen Fahrzeuge einfügt. Die technischen Daten sind herausragend. Das Display hat eine HD Auflösung und eine extrem hohe Helligkeit. Das 17 Zoll Display findet sich derzeit ausschließlich im Innenraum des RT. Dieses Display wird auch zur Einsatzplanung eingesetzt und muss deshalb besonders groß sein und einen hohen Blickwinkel haben. So sieht die gesamte Mannschaft, was auf dem Display gezeigt wird. So, das war es mal mit den trockenen Fakten. Jetzt zeige ich euch quasi live und zum Anfassen, was das neue LCS so besonders macht. Zunächst einmal wären da die Tasten und die Frage, Touch oder echte Drucktasten? Wir haben dazu eine Erhebung mit Männern und Frauen aus sechs Ländern durchgeführt, die zwischen 16 und 72 Jahren alt waren. Sie stammen sowohl aus freiwilligen Feuerwehren, aber auch aus Berufs- und Betriebsfeuerwehren. Das Ergebnis, je nach Situation und Vorliebe ist manchmal ein Touchtaster gewünscht und manchmal natürlich auch ein echter. Das haben wir berücksichtigt und entsprechend umgesetzt. Hier beim 10 Zoll Display sind deshalb alle Funktionen sowohl über den Touch als auch über die Tasten bedienbar. Das 17 Zoll Display im RT ist ein reines Touch Display. Alle Funktionen, die üblicherweise während der Fahrt betätigt werden, findet man aber auch auf der Lenkradbedienung. Gerade bei den Tasten haben wir jetzt viel verbessert. Man sieht deutlich die Evolution in den Generationen des LCS. Bei der ersten Generation hatten wir eine einfache Folientastatur. Für die zweite Generation, 2010, wurde ein Gießhardt-Doming verwendet, um die Tasten hervorzuheben. Jetzt wird mittels 3D-Druck ein Rahmen rund um jede Taste gedruckt. Durch diese Umrandung spürt man jetzt auch den Tastendruck wesentlich besser. Ein Punkt, der von unseren Kunden öfter beim Gießhardt-Doming kritisiert wurde. Extrem wichtig ist die verbesserte Sichtbarkeit der Rückmelde-LED. Wenn kein Display vorhanden ist, erhalte hier nämlich wichtige Informationen. Das Blinken jetzt bei der Blaulichttaste bedeutet, dass diese Taste jetzt gedrückt werden möchte. Das ist der logische erste Schritt für den Einsatzfall. Wenn die Taste dann gedrückt wurde, sehe ich durch schnelleres Blinken zuerst, dass die Funktion angefordert wurde. Wenn das Einschalten auch tatsächlich funktioniert, dann leuchtet die LED so wie jetzt. Selbstverständlich ist jede Taste von hinten beleuchtet, damit man sie auch findet, wenn es finster ist. Und dieses Tastenfeld gibt uns die Möglichkeit, jede Funktion auf jede Taste zu legen, wenn es seitens des Kunden dafür eine genaue Vorgabe gibt. Die Tasten beim 10 Zoll Display sind genau gleich ausgeführt. Der wesentliche Unterschied ist nur, dass sich hier nicht nur eine konkrete Funktion hinter dem Tastendruck versteckt, sondern auch ein Displaybild öffnet. Allgemein fällt die Farbgebung ins Auge. Ziel dabei ist das intuitive Verstehen. Der Bediener soll auf einen Blick begreifen, wie die Betriebszustände sind und was sich gerade tut. Deshalb halten wir uns an einen klaren Farbcode. Dunkelgrün steht für den Normaldruck, gelb für den Schaum und hellblau für das drucklose Wasser. Wenn man eine Taste sieht, weiß man sofort, zu welchem Themengebiet die Taste gehört. Und wenn wir bei den Farben und beim intuitiven Verständnis und der schnellen Einschätzung von Situationen sind, dann zeige ich euch jetzt auch noch gleich den Bereich der Hinweise und Warnungen. Wir haben eine einfach verständliche Eskalationsstufen geschaffen. Hier sieht man die Meldung, dass das Service fällig ist. Diese Meldung soll ich natürlich bekommen, aber sie soll nicht vom eigentlichen Geschehen ablenken. Durch das Zeichen des Schraubschlüssels ist auch sofort ersichtlich, dass diese Meldung an das Serviceteam gerichtet ist. Im Einsatz spielt sie keine Rolle. Eine Priorität darüber sind die Hinweise. Wenn jetzt jemand den Werfer Schnellstopp drückt, dann kommt diese Meldung. Die Hinweise sind so gehalten, dass sie bei der Bedienung unterstützen. Nochmal wichtiger sind die Warnungen. Das sind Meldungen, die eine wesentliche Auswirkung auf das Fahrzeug oder den Bediener haben. Wenn sofort eine Aktion des Benutzers erforderlich ist, dann wird die Meldung groß eingeblendet, so wie diese Kavitationswarnung hier. Oberste Priorität haben dann die Stopp-Meldungen. Auch über die rote Farbe ist hier signalisiert, dass unmittelbar etwas gemacht werden muss. Am besten sollte man sofort den Einsatz abbrechen. Automatisch machen wir das normalerweise nicht, weil immer die Grundregel gilt, lieber zerstöre ich mein Gerät, als dass zum Beispiel eine Person im Innenangriff kein Wasser mehr bekommt. In der Vergangenheit habe ich öfter gehört, dass vor allem die etwas älteren Feuerwehrkollegen Angst vor dem Display haben, weil alles so kompliziert wäre. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Am Display haben wir die Möglichkeit, den Benutzer zu führen, indem wir zum Beispiel nach dem Pumpenstart auf die Seite wechseln, wo man die Druckabgänge öffnen kann, falls diese elektropneumatisch ausgeführt sind. Die Meldungen helfen auch extrem, weil angezeigt wird, warum etwas nicht funktioniert und man nicht einfach vor einer scheinbar funktionslosen Taste steht. Natürlich erlaubt ein Display mit seinen verschiedenen Seiten viele Features, die sonst nur mit einem riesigen Panel an Schaltern darstellbar wären. Für manche Einsätze sind diese Features besonders wichtig. Wir haben aber dafür gesorgt, dass die Standardsituationen mit nur ganz wenigen einfachen Tastendrücken erledigt werden können. Wenn man mitten in der Nacht zu einem Einsatz fährt und vielleicht schon länger nicht mehr im Auto war, kann man nicht erwarten, dass man sich an irgendeine besondere Einstellung in einem Untermenü erinnert. Hier sind zum Beispiel die Elemente, die man normalerweise im Display vorne in der Kabine finden würde. Einsatzfahrt, Einsatzstelle, Einsatzende. Dann geht man nach hinten am Fahrzeug, drückt auf Start, um die Pumpe zu starten, auf Schaum für das Schaumenü und nochmal auf die Taste, um das System mit den vorgewählten Einstellungen zu starten. Gut, Severin, wenn du mit deiner Präsentation am Ende bist, dann lass mich noch einmal kurz rekapitulieren. Du sagst mir dann, ob ich alles richtig verstanden habe. Ist okay. Das neue Logic Control System von Rosenbauer ist in allen Rosenbauer Fahrzeugen gleich und kommt auch in anderen Geräten wie der Fox oder dem RS-14 zum Einsatz. Es gibt drei Displaygrößen, passend für den jeweiligen Einsatz. Die Tasten sind sowohl haptisch ausgeführt als auch mit Touchfunktion. Es gibt einen klaren Farbcode sowie eine eindeutige Hinweis bzw. Warnhierarchie. Und über die One-Touch-Bedienung lassen sich standardisierte Abläufe mit nur einem Tastendruck ausführen. Exakt. Nichts hinzuzufügen. Gut, dann danke dir, Severin, dass du mir und den Zuschauern heute das Logic Control System so anschaulich erklärt hast. Und vielen Dank Ihnen, liebe Zuseher, fürs Dabeisein. Weitere Informationen zum LCS finden Sie ab sofort auf Rosenbauer.com und unsere Experten stehen Ihnen außerdem im Chat zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.